2-3 Tage nicht rumgezogen, aber dann hat man wieder etwas von ihm gehört. Oh, Entschuldigung. Oh, er hat gestruggelt. Oh Gott, das ist dann kurz nochmal. Sorry. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon das dritte Mal. What the fuck, ja. Seine Kollegin im Laden hat mir auch einen geängelt. Oh, fuck, meine Nase ist jetzt wirklich gebrochen. Fuck, oh damn it, man. Kannst du mal schauen, ist meine Nase noch da? Ist sie nicht krumm? Blutet? Nein, nein, nein. Ich glaube, es blutet, hey. Nein, zeig. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah, fuck, aber jetzt wird es verdammt. Ja, ich bin immer über die Wurzel angestogelt und dann voll mit dem Elbogen. Sorry, Mann. This is an emergency! Scheisse, Mann. Sorry, Mann. Ich bin immer auf der Bogen. Oh, ich habe socado ab. Oh, ich habe so gebrochen, das ist alles weg. Oh, alright. Vielen Dank.